Oberall kannst du ja nicht in Athene machen um Aphrodite rum. Und wie hieß du noch? Hera. Achso Hera, okay. Die von Zeus, die Frau. Genau. Ich trinke ab und zu mal was, ne, wenn ich dich nicht stört. Ja, nö, nö. Kannst du, ganz ruhig. Ich mach's so leise, wie es geht, ne? Ja, keine Panik, das darfst du, das darfst du. So. Genau, dreimal zuerst hast du auch noch. Da, da, die Säulen, genau. Oben kannst du viermal Hera machen. Wo man kann sie nämlich auch noch viermal. So, und dann, somit können wir jetzt hier auch aktivieren. Jawoll, und bekommen mehr Münzen. Ja, die Münzen sind auch sehr hilfreich. Hm. Okay. Ne, warte mal. Und dann Athene kannst du auch noch machen. Wo? Ne, jetzt kannst du, jetzt sind oben drüber die blauen Halbmunde, vier Stück. Oder dann halt diese der hellblauen Kelche mit Münze verbinden. Von Mitte bis rechts. Genau. So. Athene kannst du vielleicht noch machen, genau. Und jetzt die hellblauen Kelche mit Münze. Okay. Äh, ja, die. Genau, Athene. Dann die Säule hast du ja dann auch nochmal. Ahja. Bomben, genau. Genau. Genau, dort. Genau, dort. Genau, dort. So. So. Das sieht schon aus. Kommt immer weiter runter. Da fressen wir uns weiter runter. Ja. Äh. Da hast du noch blauen Halbmunde, dunkelblauen Halbmunde rechts oben. Genau. Und kannst du die Hera noch mitmachen. Die hellblauen Kelche. Und Hera hast du nur dreimal in der Mitte. Äh. Zeus, mit Bombe und Münzen. Hm. Jo. Das war ne große Kette. Das war ne große Kette. Oh, ich hast ne durchs ganzen... Das hast du ja durchs ganzen blauen Hunde, die du wegmachen kannst. So. So. Viermal Zeus, oben genau, ist das noch dreimal Zeus. Und Athene. Und genau, und hast du oben ohne martin erst mal den hermes flügel akzeptieren und das war ein fehler weil wieder spielfeld resettet ist das super das ganze dreimal dreimal athene erst mal weg machen würde und firma die dunkelblauen firma nur nun ist da genau mit vorzogen das klatschen gelesen der toll jetzt ist das so ein gefühl als ob wir jetzt gerade mit dem level begonnen haben toll mhm dann will ich das dreimal heranau machen und firma und firma firma hellblau äh viermal dunkelblau ok so du hast auch noch mal dunkelblaue halbmonde genau das nur weg mhm mehr münzen moore coins äh ja ja wie geht es dir weiter ja so dann die athene mit münze dann da dunkelblaue halbmond genau mhm mhm dann die antenne mit münzen okay 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 da gerade übes fix hier wahnsinn komm ich gar nicht hinterher wahnsinn ey so da war erst am werk ja es geht so dann aktivieren wir wieder die nette athene mit 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 zu machen mit zu Hause ein bisschen oben machen und da ähm links genau da vielleicht mit bomben zu groß zum oder die im dm 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 dmd halbmonden mit münzen das war ein fehler glaube ich mit dem blauen halbmutter mit münzen machen so äh ja noch 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 athene machen links woher gibt es über viele spiele das recht aber die sind die sind sehr komisch verteilt oben hast du noch eine hellblaue kelle ganz oben ja genau im moment so und jetzt hast du noch die grünsäulen genau hm 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 dunkelblaue halbmutter und hellblaue kelle hast du auch noch wo du kannst du noch auch wo oben links oben rechts da genau hast du da ja manchmal verliere ich auch den überblick oh ja auf jeden fall wie sich das kenne darum bin ich auch jung ja 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 mehr Münzen mehr Münzen sind mehr Münzen und blaue grüne Säulen damit mit warte mal kann man irgendwie mit Münzen irgendwie ja doch die athene mhm so so dann die hera so und die bombe so boh ja boh und das das ja ja hera nein ach shit ich wollte den einen hera stein noch mitnehmen ah dammit äh bbbbbbbbbbm so das hat nicht allzu viel gebracht okay moment mal was das geht nicht was nur dreimal athene an der anderen rechten seite ganz rechts was gab hier wieder ab wie sau ja so ha ha toll viele hellblaue na toll boah gibt's jetzt hier Bomben ey na Zeus hast du wenigstens noch mit der Nummer oben genau genau dreimal Hera und dreimal athene jetzt wieder verrückt und du kannst wenigstens gleich mal von links oben bis fast in der Mitte die grün sollen ziehen genau Zeus Zeus dann hellblauer Kelch dreimal links und dreimal rechts athene mit Münze so dann hellblauer Kelch rechts nochmal rechts oben hast du auch noch hellblauer Kelche aja hier mhm dann athene mit Ehrer hera hast du glaube auch noch ne das sind alle verteilt ich dachte die ganze mitmachen so so ja jetzt haben wir noch ein bisschen mehr platz da ist super das ist der hellblaue kirche ohne mit die koholkost aber wir haben zumindest ein schlüssel schon mal das ist gut schon mal sehr schon mal sehr gret ja dort nur drei und dann hast du rechts auch noch drei und zuerst ganz sehr zurück und dann kann sie die hellblancke noch mal rechts oben und grüne säulen hast du noch und vorher was hast du ohne an der seite rechts das sieht gut aus ja wir arbeiten noch rechts das nur ein paar heraus drei stück und war da unten nur noch den blauen münzen wir müssen den linken schlüssel irgendwie befreien schon fast dran das ganze zeusner machen links oben genau so machen hera vier stück ja das funktioniert gut und schlüssel jawohl und da ist das schlüsselloch jetzt auch weg ja jetzt müssen wir nur noch den mittleren weg irgendwie befreien ich versuche es jetzt mal im moment mal mit bombe ok das war schon sehr gut das ist nur eins ja ja das ist fies ey das ist jetzt fies mhm kannst du wenigstens viermal hera machen oben also oben links oder dreimal hera mit münze mhm jetzt sind die drei rechts bei der grünen säule da genau die grüne säule weg machen was aber hera oben noch drei stück genau 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 so ist ganze lohnung machen mit moment mal jetzt probiere ich mal was aus geht das jawohl ja ok ha super auch sehr geil motor 333 oder faktischen krieg die bohren sind ach super drei stück jetzt haben wir neun fischerei kannst du irgendwas hier anklicken fischerei hafen und so können ne ich kann hier leider nichts anklicken also du musst drüber fahren und gucken wie es hieß ja also wir haben ja was das auge oben um rechts da das auge ach so ja das ist halt wo wir halt so ansiedsmodus genau ok ja hm ach komm ein astro ein stück holen wir noch und dann ok machen wir bei dir weiter so yay abwechslung yeah oh gott ok da oh gott das ist doch Hermes oder in der Mitte das ist ähm ja das ist Hermes oh die blitze machen wieder mit das ist gut Hermes hat so ein schwert mit flügeln ok ja ähm ja ja so dreimal Hermes hast du ohne auftauch rechten Seite ja 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 sag ja Zeus ist immer dabei nur damit du halt das spielfeld neu mischen kannst damit dir dann wieder neue möglichkeiten eröffnet werden wenn du immer weiter kommst so hast du ja nicht das dreimal Hercules wollte schon sagen Herr ähm Hermes dreimal Hermes auf der rechten Seite ja und noch viermal ähm blau und grün und blitz blitz so ja wo soll ich denn jetzt aktivieren ja bringt das was ja das bringt was was macht das dann das hier ich weiß seile oder steine durch ok also der zerstört halt seile oder steine ähm was ja was ja Athena auch schon macht ja eigentlich schon ist da ist er bei dem blauen unten drunter bloß ein freies Feld verkettet das war jetzt ein Fehler von mir toll ich meine dort links unten neben dem geflügelten ist so ein freies Feld verkettet das von müsste frag mich nicht keine Ahnung du kannst ja keine freien Felder verbinden ach wahrscheinlich ah ja genau deswegen wahrscheinlich aber das macht ja nichts ok das ist ein aber abgegrenztes Spielfelder wo du gar nicht hinkommst äh warte mal links und rechts sind hier ein Schlüssel ok was aber auch die Spielfelder aber sind wo du zurzeit noch nicht hinkommst ja ich seh es deswegen helfen uns ja die Götter und die Blitze und die Blitze genau mh boah das passt schon das passt so oh ja jetzt können wir Hermes Hermes das ist das war ein paar oder noch drei einmal und dann noch noch mal 3 3 geht los hier wie saue ja klar muss ja sein das geht los das geht los ähm ähm das kann man auch klar zock siehst du hier noch irgendwas ja die wollte ich gerade ansagen genau da noch noch mal 4 und auf der seite genau dann Zeus dann dunkelblau dann dunkelblau dann säule unten hast du auch noch drei stück mh wieder dunkelblau äh Zeus dreimal oder mehrmals ja Hermes ja keine Ahnung wo soll ich denn aktivieren keine Ahnung ist eigentlich ist egal glaube ich so so dann wieder Blitze aktivieren wow sind hier jetzt Blitze wow oh krass aber die brauchen wir ja auch mh so Zeus dunkelblau dunkelblau grün mit Münze Zeus hast du oben links oben links ist er noch Zeus dann und dann die hellblau äh dunkelblau genau die und die und die und dann die ähm ganz 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 unten links hast du noch dreimal Zeus boah aus dem Spielfeld war auch boah ist das Spielfeld gemein ey sooo genau sooo 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 genau immer mehr Kettenblick jetzt ist schon mal ganz gut so pschuh sooo 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 ja manchmal bin ich halt auch kleiner fuchs genau genau da schon nur über den Freien kommentare nur abgeben kann aber nur manchmal weil du nämlich auf der rechten Seite auf der linken Seite viermal dunkelblau halt wo du machen kannst ja man muss genau die Kette für mich schon mal weg dann hast du Hermes in der Mitte viermal dunkelblau 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 grün grün Athene viermal ja rechts genau ja äh dreimal Zeus links unten ja toll jetzt bekommen wir ja wohl keine Bits mehr oder was ne ich glaub nie doch da oben ja hm 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 dreimal hellblauer Kelch hast du links auch noch wo und Zeus ohne vorrücken links fast unten hast du noch dreimal hellblauer Kelch genau achso soo 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 oben oben links beim Hermes hast du auch noch vier Kelche genau soo aha ok 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 soo soo das noch zerstört ok den rechten Schlüssel haben wir schon gleich das ist schon mal so gut ok haben wir jetzt ne noch nicht ganz die Bombe oh shit die Bombe ist in weh warte mal äh der Blitz ne der Blitz hier der muss ein Feld nach unten shit soo soo wie soll das denn jetzt nur gehen dreimal her musst du dann viermal her musst du jetzt in der Mitte ok ok oder wir aktivieren oder wir benutzen ja stimmt den Hermes ah nee nee shit das ganze nicht weg machen nee shit ah um ein Feld ach shit 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 so es fällt der Viertel wenn es so schon mal runter und der andere da sind die auf der gleichen Höhe Moment mal Moment mal äh das klappt sogar wenn du den aktivierst aber nach unten welchen glitz da den in fast in der Mitte der nach unten zeigt ne der andere der hier den drifte den anderen unteren Stein ja der trifft den unteren Stein nein trifft den nicht na klar doch doch ha ok da wäre ein schlusser der schon mal das ist gut der fällt schon mal runter so das ist halt nur die Bombe ja die Munde kannst du machen wie mach ich denn das jetzt am dümmsten ähm Athene hast du dann oben nochmal genau 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 zeigen alle in die falsche Richtung das ist ne ok ok oder so oh um ein Feld um ein Feld um ein Feld das ist nur blöd so blöd immer ein Feld hm das ist blöd da das ist ja blöd das müsste noch eins du kannst du kannst äh die grünen Säulen ine unten machen da fliegt das ins runter die drei Stück grünen Säulen da jawohl genau und jetzt haben wir es super danke Tony du bist super ja und es geht auch schüttel wenig zum runter ja und wir haben es schon super da fällt es schon nach unten du hast du das was für ihn ach geil löst die Sau alter ja geht ja jawohl und jetzt haben wir glaube ich vier ja ne wir haben es sogar fünf schon wir müssen jetzt nur noch acht von ok aber das machen wir erst in der nächsten Folge wieder also ich bedanke mich erstmal an dir Tony dass du dabei warst ich hoffe du hattest auch immer gerne ein bisschen spaß bei Heroes of Hellas 3 Athen ja doch geht ne auf jeden Fall ja also ich abschicke mich jetzt erstmal und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder macht's gut ne haut rein meine Freunde bis zum nächsten Mal bis bald tschau macht's gut tschüss